Gleis 6 Gleisänderung Der EC-Zug nach Sargentham und Brussels Airport Sargentham Planmäßige Abfahrt 19 Uhr 4 Gleis 4 statt Gleis 6 Track 4, Track Change The 7.04 IC train to Sargentham and Brussels Airport Sargentham Track 4 instead of Track 6 Track 4, Track 6, Track 7, Gleis 7, Gleis 8, Gleis 8, Gleis 9, L.P.